Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Wein-Akademiker und freue mich sehr, Dich heute zur siebten Folge mit dem Titel Wein, der schäumt, begrüßen zu dürfen. Das ist der zweite von drei Teilen zu unserer Mini-Serie Wein, der schäumt und heute mit den zwei wichtigsten Vertretern, wenn man so sagen will, oder bekanntesten Vertretern, nämlich heute soll es um Prosecco und Champagner gehen. Ja, die heutige Folge ist im Grunde genommen dreigeteilt. Zum einen haben wir ja, wie gesagt, die zwei Weine heute, unseren Prosecco und Champagner. Ja, da kann man eigentlich schon von einer Teilung sprechen, weil so wahnsinnig viel gemeinsam haben die beiden Weintypen eigentlich nicht. Dazu später aber dann gleich mehr. Und der dritte Teil, mit dem ich jetzt dann auch gleich einsteigen möchte, ist ein kurzer Reisebericht von meinem Tagestrip, Roadtrip am 1. April nach Santa Barbara. Der eine oder andere mag es ja vielleicht schon auf Facebook gesehen haben. Ganz zum Anfang, aber wie immer, möchte ich kurz auf das Feedback von meinen Hörern, von euch eingehen. Und zwar hatte ich ein bisschen E-Mail-Kontakt mit dem Christoph und der hat eine Frage gestellt, auf die ich eigentlich schon mal eingehen wollte, aber bisher war es jetzt einfach auch kein großes Thema. Deswegen hätte ich es mir jetzt aufgehoben, aber die Frage ist mehr als berechtigt. Und zwar fragte Christoph, wie es denn ist oder steht mit dem Belüften oder Dekantieren der hier verkosteten Weine. Ich habe mir das Thema eigentlich für Episode 9, wo wir dann uns mit dem Thema Portwein beschäftigen, aufgehoben. Dort spielt es nämlich eine große Rolle, zumindest bei Vintage Ports. Aber aus einem anderen Grund, wie bei normalen Weinen. Ich gehe aber dann in Folge 9 dort genauer drauf ein. An der Stelle kann ich jetzt nur, oder möchte ich euch jetzt nur soweit die Frage beantworten, dass die Belüftung der bei uns verkosteten Weine, und da denkt man in erster Linie natürlich immer an den Rotwein, natürlich möglich wäre, bei dem ein oder anderen Kandidaten vielleicht auch zu einer Geschmacksverbesserung geführt hätte. Aber grundsätzlich hatten wir es jetzt bisher eigentlich nicht mit Weinen zu tun, wo das zwingend erforderlich gewesen wäre. Das sogenannte Karaffieren, das ist nämlich das Belüften des Weines durch eine Karaffe mit einer möglichst großen Oberfläche oder einem sogenannten Aerator, das ist so ein Aufsatz auf der Flasche beispielsweise, wo der Wein mit möglichst viel Luft in Kontakt kommt, hat einfach das Ziel, die vorhandenen Tannine geschmeidiger zu machen und natürlich auch das Geschmacksprofil abzurunden und vielleicht den sogenannten Flaschenmief oder Flaschenschmecker bei reduktiv ausgebauten Weinen zu entfernen. War es aber meiner Meinung nach bei den Weinen, die wir bisher jetzt wie gesagt hatten, kein großer Faktor. Und was es damit genau auf sich hat, kommt dann wie gesagt in Folge 9. Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, auf die letzte Folge, wo wir den Obmann-Sekt probiert hatten und ich glaube, ich habe es nicht klar genug erwähnt, weil da kam auch der eine oder andere auf mich zurück, was das denn jetzt für eine Herstellungsmethode gewesen sei. Bei dem Obmann Brut privat war es das sogenannte Transpassierverfahren, das heißt, der Sekt wurde eben in einer Vergärflasche vergoren und wurde dann nochmal umgefüllt in die sogenannte Versand- oder Verkaufsflasche. Also der Sekt, den wir beim letzten Mal hatten, war Flaschen vergoren im Transpassierverfahren, aber nicht die traditionelle Flaschenvergärung, so wie es wir heute beim Thema Champagner besprechen werden. Ich denke generell, ich möchte euch heute schon allein wegen dem Reisebericht von Santa Barbara nicht zu sehr heute mit Theorie belästigen, weil ich der Meinung bin, wenn wir zum Thema Frankreich in den nächsten Monaten mal kommen, irgendwann werde ich mir ja noch die einzelnen oder die wichtigsten Weinländer vorknöpfen, werde ich nochmal dezidiert auch auf die Champagner als Anbaugebiet und die dortigen Regeln zu sprechen kommen. Heute möchte ich den Fokus eigentlich auf die Verkostung und das Geschmacksprofil von Champagner stellen. Und eine weitere kleine Änderung. Es bleibt nicht aus, auch bei Folge 7. Und zwar möchte ich am Ende keine Recap mehr einbauen. Hat einfach den Grund, dass ich ja auch mit dem Kapitelmarkernetz arbeite und die drei Key Facts an den Anfang immer stelle, die ja so ein bisschen die Essenz jeder Folge, zumindest in der Theorie darstellen. Und das Recap kommt mir eigentlich ein bisschen überflüssig vor. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns in die Folge. Es geht zunächst mal mit dem Bericht jetzt von Santa Barbara los und dann wie immer die übliche Reihenfolge Key Facts, Theorie, Vorbereitung, Verkostung, Buchempfehlung, Wein der Woche und dann den Ausblick auf die nächste Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich hatte nach einem knappen halben Jahr wieder mal die Möglichkeit, nach Los Angeles zu fliegen und habe den freien Tag, den ich da vor Ort hatte, versucht, natürlich auch wieder in Sachen Wein zu nutzen. Das heißt, ich bin frühmorgens mit meinem Mietauto nach Santa Barbara gefahren, um mich dort mit meinem Kumpel Bernd zu treffen, der dort lebt, das große Glück hat, dort zu leben. Die Lebensqualität in Santa Barbara ist, würde ich sagen, ausgesprochen hoch. Perfektes Wetter, schöne Berge, auch ein tolles Wandergebiet. Die Küstenstraße mit den Stränden ist einfach total fantastisch. Schöne Flora und Fauna, die vorgelagerten Inseln, die Ausrichtung nach Süden, was eine Besonderheit an der Westküste der USA ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, weil in dem modernen Städtchen Barbara kann man sich durchaus wohlfühlen und es ist auch Namensgeber für das nahegelegene Anbaugebiet Santa Barbara County, das eigentlich so richtig bekannt wurde durch den Kinofilm Sideways. Da ging es ja darum, dass sich Winefreaks dort treffen und im Prinzip die Weine aus der Gegend unter anderem dort verkosten und auch sehr loben. Es ging da im Wesentlichen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hauptsächlich um Pinot Noir, Spätburgunderweine. Und als der Film dann in den Kinos war und ein ziemlicher Erfolg wurde eigentlich, zumindest im Anbetracht des Themas, haben sich den viele Leute ja angeschaut. Gut, die Besetzung war natürlich auch ziemlich gut. Und es gab einen ziemlichen Run eigentlich auf Santa Barbara. Aber es wurde natürlich dort auch schon vor dem Kinofilm Wine angebaut. Aber es hat natürlich ein bisschen ein Nischendasein gehabt, diese Region, weil im Prinzip in Kalifornien alles, zumindest was Ruhm und Bekanntheitsgrad angeht, im Prinzip alles hinter Napa und vielleicht noch Sonoma hinten ansteht. Aber dort unten wird eben auch sehr guter Wein angebaut. Da hat sich mittlerweile einen Namen gemacht. Grundsätzlich ist es so in Santa Barbara, die Küste verläuft in Ost-West-Richtung. Das heißt, der Zuschnitt der Teller ist anders oder einzigartig für Kalifornien. Das heißt, das Mikro-Klimata in Santa Barbara ist ein grundsätzlich anderes, was eben es ermöglicht, trotz der deutlich südlicheren Position auf der Weltkarte, dort unten eben auch Rebsorten anzubauen, die eigentlich sich für ein kühleres Klima eignen. Was heißt eigentlich? Wir haben eben durch diese besonderen Talausrichtungen und die Nähe zum Atlantik ein kühleres Klima, wie es die Breitengrad vermuten lässt. Und somit haben wir dort eben Spätburgunder. Es werden auch zum Teil Weißweine angebaut. Zum Beispiel der ein oder andere macht ein Alba-Rinjo. Das ist ja auch eine Rebsorte, die jetzt eigentlich eher für kühlere Klima geeignet ist. Wir haben viele Syrah-Rebsorten. Also man sieht schon, die Region an sich ist ein bisschen kühler, zumindest in einigen Lagen, wie man es vermuten möchte. Die Vielfalt ist meiner Meinung nach aber auch ein kleines Problem, weil im Prinzip werden alle großen französischen Stilrichtungen versucht nachzubilden. Soll heißen, wir haben einige Winzer, die sich auf auf Rohn-Rebsorten spezialisiert haben. Also die bauen Syrah und Grenache an. Musan und Rousan werden genauso angebaut. Zinso zum Teil auch noch. Also alles, was man an der südlichen Rohn trifft. Ein Haus weiter versucht man sich dann aber genauso an Bordeaux-Rebsorten wie Merlot und Cabernet Sauvignon. Petit Verdot ist da auch ein Riesenthema. Und dann nicht zuletzt durch die Kühle, wie gerade erwähnt, kommen dann auch noch die Burgunder zum Einsatz. Viele haben sich auf Spätburgunder und Chardonnay eingeschossen. Und die gelingen auch sehr gut. Dann zum Teil noch ein paar italienische Rebsorten. Es wird sogar noch Zinfandel angebaut. Also im Prinzip eine unglaubliche Vielfalt an Stielen und Rebsorten, wie es für die Größe dieser AVA, dieser Anbauregion, auf dem ersten Blick eigentlich schon ein bisschen viel ausschaut. Auf dem zweiten Blick war es eigentlich auch so. Als ich dann in Santa Barbara angekommen bin, haben wir uns einige Tasting Rooms von den Kellereien angeschaut, die in Santa Barbara einladen, um zu besuchen. Das machen sie auch sehr gut. Die Amerikaner, muss man sagen, mit ihren Tasting Rooms. Und als Resümee kann man sagen, die Vielfalt ist meiner Meinung nach noch nicht der Weisheitsletzter Schluss. Es bedarf wahrscheinlich noch einer gewissen Selbstfindungsphase, damit man einfach nachhaltig und reproduzierbar das Niveau, was teilweise schon erreicht wird, einfach immer wieder noch bestätigen kann. Es ist meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach so, also wir hatten dort ja auch vor Ort mit ein paar Leuten gesprochen, die deutlich mehr im Detail dort drinstecken, dass manche Jahrgänge bei manchen Rebsorten, bei ausgewählten Winzern Spitzenweine erzeugen, die ihre europäischen Mitbewerber mehr als in Schatten stellen, zum Teil sogar auch überflügeln. Und nächstes Jahr eigentlich, ich möchte fast sagen, belanglos oder sogar nicht sagend werden. Das klingt jetzt sehr hart, aber die Schwankung in der Qualität ist einfach noch ganz schön hoch. Und das überrascht auch deswegen, weil wir eigentlich in Santa Barbara ein relativ stabiles Klima haben. Alle paar Jahre schwankt es ein bisschen stärker durch die Auswirkungen von El Nino und El Niña. Aber grundsätzlich ist es sehr verlässlich, das Wetter und die Rahmenbedingungen sind nicht so volatil wie in manchen anderen Regionen. Und nichtsdestotrotz schafft man es anscheinend nicht, jedes Jahr halbwegs auf dem Qualitätsniveau von den Spitzenjahren zu bleiben. Was insofern ein bisschen schade ist, weil natürlich der Preis, der dort aufgerufen wird für die Weine, im Prinzip schon sehr, sehr hoch ist, vor dem Hintergrund, dass die Qualität eigentlich nicht kontinuierlich gehalten werden kann. Also man kann da wirkliche Schätze finden, sogenannte Hidden Champs, die gibt es natürlich dort auch. Und es ist alles wahnsinnig professionell und es fließt überall wahnsinnig viel Geld rein. Aber man kann einfach sagen, vielleicht ist die Bandbreite der Stiele etwas zu hoch und der ein oder andere Winzer, die zum Teil ja auch noch gar nicht lange im Geschäft sind, muss einfach vielleicht nochmal seinen Weg finden und auch nachhaltiger zu werden. Wir hatten dann angefangen bei den total gehypten Weingut Bitcraft in Santa Barbara. Die gehen zurzeit ganz schön durch die Decke, weil ich vermute, dass sie einen Trend aufgreifen, nachdem sich jeder sehnt. Und zwar sind es quasi sehr natürlich hergestellte Weine mit nur Handarbeit. Also es findet eine Ganztraubenpressung und Vergärung statt. Die ist nicht temperaturgeführt. Allerdings verwenden sie trotz allem Reinzuchthäfen. Es wird nicht maschinell gepumpt. Die Flüssigkeiten, Weine finden ihren Weg nur rein durch Gravitation. Die Weine werden nicht filtriert. Und allein schon an diesen Eckpunkten der Produktion ist es natürlich logisch, dass daraus Weine resultieren, die alles andere als Mainstream sind und auch so gesehen nicht in sich irgendein Muster oder Schema pressen lassen. Und das erzeugt natürlich in gewissen Kreisen immer eine Aufmerksamkeit und eine Begehrlichkeit, weil die produzierten Mengen natürlich auch eher gering ausfallen. Und daher steigen da die Preise jetzt kontinuierlich an. Und ja, jeder möchte jetzt irgendwie Witcraft-Weine haben. Wir hatten eine gewisse Bandbreite probiert an Chardonnays und Pinot Noirs und die füllen auch Flaschen ab als Single-Vineyard-Abfüllungen, wo quasi dann auch auf den Etiketten sogar der Klon erwähnt wird, welcher dort verwendet wird. Und interessanterweise ist es durchaus so, dass die Weine sich doch deutlicher unterscheiden, wie man es jetzt glauben mag, weil zum Teil sind die Rebanlagen auch direkt debatender und der einzige wirkliche messbare Unterschied ist einfach ein unterschiedlicher Klon von Spätburgunder. Und dann kommen doch ganz unterschiedliche Weine raus. Leider war es so, dass die ein bisschen knausrig waren in ihrem Verkostungsraum und die Weine schon sehr lang offen waren und ein bisschen müde waren. Ich habe dann trotz allem noch eine Flasche mal gekauft. Die werde ich jetzt erstmal ein bisschen auf Seite legen, weil die alle ein sehr gutes Reifungspotenzial noch in der Flasche haben, durch das, dass sie unfiltriert sind und diesen kräftige Tannine haben durch die Ganztraubenpressung und Gärung. Da geht natürlich immer einiges an Gerbstoff mit, die grundsätzlich mal sich positiv auf das Reifepotenzial in der Flasche auswirken. Dann ging es wieder in die Innenstadt zu dem Weingut Grassini. Die machen jetzt sowas wie Richtung Bordeaux-Blends. Da war auffällig, dass die Weine alle einen Marken- oder Marketingname haben und die Cuvée sich von Jahr zu Jahr doch sehr stark unterscheidet. Also macht es ja in Bordeaux auch. Da schwanken halt die Anteile der beteiligten Rebsorten. Aber da ist es so, da fliegt mal eine komplett aus dem Rezept raus. Und das heißt, die Weine ähneln sich eigentlich von Jahr zu Jahr so gut wie gar nicht. Was damals schön zu beobachten war, das Servicepersonal arbeitet für die höherwertigeren Weine mit dem Curavin-System. Das hält die Weine nämlich in der Flasche durch Einblasung von Inertgas quasi wie ungeöffnet frisch. Das ist so ziemlich das Gegenteil, was man dann vorher bei Whitcraft erlebt haben. Dort ist quasi überhaupt kein Abflachen des Weines, auch wenn er schon 5-6 Tage im Verkostungsraum benutzt wird, festzustellen. Anschließend ging es zu Happy Canyon. Ja, da ist jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel in Erinnerung geblieben. Danach ging es weiter zu Marjum. Marjum war eigentlich eine sehr spannende Verkostung. Wir hatten da fast die ganze Bandbreite gemacht. Die versuchen sich auch ein bisschen zu unterscheiden durch interessante Verpackungswahl. Die haben zum Beispiel Rosés in Aludosen. Das finde ich ein bisschen schräg, muss ich sagen. Aber es ist so ein bisschen der US-Pragmatismus, der da durchspricht. Die verkaufen nämlich dann natürlich gleich noch die passende Neobremen-Hülse dafür, dass der Wein in der Aludose seine ideale Temperatur behält. Ich habe das ja vor Jahren auch schon mal in Deutschland erlebt, am Bodensee, dass ein Winzer sein Wein in Dosen abgefüllt hat. Das kann man auch noch mal nachlesen auf meinem Weinblog. Ja, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen sind es natürlich Weine, die Spaß machen sollen, einfach zu genießen sein sollen und von der Verpackung halt auch einfach leicht zugänglich sein sollen. Ja, ich finde es ein bisschen zwiespältig, aber es ist natürlich was Besonderes. Und der ein oder andere junge Konsument wird vielleicht so auch dann mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zu dem Produkt greifen allein daraus, dass es in der Aludose ist. Dann hatten sie ja noch für ihren Rosé ein Konzept von Nachfüllflaschen. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das kennt man jetzt hier in Bayern von der einen oder anderen Brauerei. dass man in größeren Flaschen, ein Liter Flaschen oder so, im Mehrwegsystem sich quasi sein Bier vor Ort direkt in diese Vorratsflaschen umfüllen lässt. Und die hatten das für ihren Rosé gemacht. Also da kauft man quasi eine Flasche und geht dann immer wieder dorthin und lässt sich das nachfüllen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache, wobei es eben auch hochwertig wirkt und natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Besonders gut gefallen hat mir dort der Grenache, der sortentypisch natürlich mit viel Alkohol daherkam, aber der war ideal integriert und zwar eigentlich ein total guter Vertreter für ein Grenache-Wein. Dann ging es weiter zu Jamie Sloan. Jamie Sloan, seines Zeichens, ist ein ehemaliger Rennfahrer. Das wird auch da in dem Verkostungsraum unübersehbar drauf hingewiesen. Er ist zum Beispiel einer derjenigen, die einen Albarinho-Wein macht. Muss ich jetzt wiederum sagen, hat jetzt nichts mit Albarinhos zu tun, wie man sie jetzt aus Ria Speichas kennt, aus dem Nordwesten von Spanien oder aus dem Norden von Portugal. Der Wein, man erahnt, dass es Albarinho ist. Es hat schon eine gewisse florale Aromatik, aber durch die Wärme vor Ort ist er einfach zu breit und zu wuchtig gelungen. Also ein Albarinho ist eigentlich ein sehr eleganter, leichtfüßiger Weißwein mit eher ordentlicher, knackiger Säure. War jetzt hier auch nicht so. Also insofern Sorten untypisch und ich frage mich dann einfach auch immer ein bisschen, warum macht man das? Vielleicht haben wir einfach Pech gehabt auch mit dem Jahrgang und der gelingt normalerweise vielleicht ein bisschen exemplarischer. Abschluss war dann das relativ junge und kleine Weingut Frequency. Die haben sich ein bisschen den Syrah verschrieben und da muss ich sagen, das hat mir sehr Freude gemacht, dort die Weine zu verkosten. Da ging mir zwar dann schon irgendwo die Puste aus am Ende, aber das war nochmal ein ganz schöner Abschluss. Also zusammenfassend kann man sagen, ich fahre immer wieder gern hin. Ich lasse mich da auch gern nochmal überraschen. Ich möchte auch mal ein bisschen weiter ins Hinterland fahren, nach Santa Inés oder nach Los Alamos und so weiter, wie diese ganzen kleinen Örtchen. Rubisco gibt es noch da hinten heißen. Dann kann man auch nochmal vor Ort die Weine probieren und ich bin immer sehr gespannt, was da auf den Tisch kommt, weil es einfach immer wieder sehr positive Überraschungen gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, tolle Weine, tolle Stadt, tolles Klima, hat einfach Spaß gemacht und es war sehr lehrreich und ich fahre mit Sicherheit gern auch mal wieder. So, dann widmen wir uns jetzt dem eigentlichen Thema unserer heutigen Sendung und starten wie üblich mit den drei Key Facts dieser Episode. Key Fact 1 ist heute Prosecco, darf mittlerweile nur noch aus dem Veneto stammen und muss aus der Rebsorte Clara gewonnen werden. Key Fact 2 Champagner darf nur aus drei Rebsorten gewonnen werden, nämlich Pinot Noir, also Spätburgunder, Chardonnay und Pinot Meunieu, das ist die sogenannte Müller-Rebe und Key Fact 3 für heute ist Champagner wird nur mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt. So, dann kommen wir jetzt zur Verkostung unserer beiden heutigen Weine. Als Vorbereitung ist es heute so, ich habe sie schon eingangs erwähnt, die zwei Weine haben jetzt relativ wenig miteinander zu tun und müssen meiner Meinung nach deswegen auch gar nicht parallel verkostet werden. Das heißt im Klartext, es reicht heute ein Verkostungsglas und wie beim letzten Mal auch schon, obwohl es sich um Schaumweine handelt, benutzen wir keine Schaumweingläser, weil die zum Verkosten nicht ganz ideal sind, sondern wir verwenden unser ganz gewöhnliches Verkostungsglas, was in aller Regel immer ein bauchigeres Weißweinglas ist, irgendwo angesiedelt zwischen Weißwein und Rotweinglas. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein und zwar ja gut, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, ist ja, ihr braucht wie immer eine weiße Unterlage und die Weine bei Schaumwein ist die ideale Trinktemperatur etwa 7 Grad Celsius mass or minus und die den Spickzettel für die Aromen kann man natürlich nach wie vor auf meiner Homepage finden und schadet auch nicht, wenn ihr den euch noch zur Hand nimmt. Dann würde ich sagen, wir starten mit dem Prosecco und zwar geht es jetzt auch erstmal wieder mit ein bisschen Theorie los, aber ich möchte wie gesagt das Faktenwissen ja eher kurz und knapp halten, weil ihr ja wie in jeder Folge in den Shownotes den Wikipedia-Link zu dem jeweiligen Thema findet und das aus Einstieg zu der eigenen Recherche ja ganz gut geeignet ist und dort auch die Sachen nochmal schriftlich aufbereitet findet. Deswegen das Wissen zum Nachlesen halte ich ja eher knapp. Was ich euch aber auf der Tonspur schon mitgeben möchte, ist, dass Prosecco als Wein eigentlich eine sehr sehr lange Tradition hat und ist im Grunde im Nordosten Italiens zu Hause, sprich in Venezien und Friaul und er hatte vor 10 und 20 Jahren natürlich ein bisschen ein Qualitätsproblem sage ich mal so, gerade Prosecco Prosecchi auf die Mehrzahl auf Italienisch oder Proseccos da das kann man halten wie mit Weißwürschen, der eine mag das, der andere ist, findet das ideologisch richtig, wurden natürlich billigste Proseccos produziert, die ihren Namen eigentlich gar nicht verdient haben, es war eigentlich ein Etikett, unter dem Ramschwein nach Deutschland verschafft worden ist, Italien wollte dem nicht länger zusehen und hat dem jetzt einen Riegel vorgeschoben vor ein paar Jahren schon und zwar wurde früher die Rebsorte aus dem der Schaummein gemacht worden ist, Lambrusco genannt, die heißt jetzt Clara und Lambrusco sage ich schon Prosecco ist zu einer Ursprungsbezeichnung geworden mit den ganzen Auflagen, die eine Ursprungsbezeichnung mit sich bringt, sprich Rebsorten sind vorgeschrieben, die Region wo er herkommen darf sind vorgeschrieben, Ertragsbegrenzungen sind vorgeschrieben, zum Teil Erntezeitpunkte aber eben auch die Produktionsmethode und im Einzelfall dann auch die vorgeschriebene Flaschenreifung. Auch beim Prosecco, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, gibt es Frizante und Spumante, das ist ja die Unterscheidung zwischen Perl und Schaumwein und Spumante ist sicherlich die höherwertigere Kategorie und sagt zunächst mal nichts aus über die Produktionsmethode. Ich habe euch ja als Hausaufgabe aufgegeben, einen Prosecco zu suchen, der nach dem Schamartverfahren hergestellt worden ist, sprich Tankgärung und trotzdem ist es ein Spumante. Also das darf man dann nicht durcheinander bringen, aber das könnt ihr auch mithilfe der Links in den Shownotes nochmal selber nachlesen, weil es zum Teil ja wirklich ein bisschen verwirrend ist. Schauen wir uns zunächst mal die Flasche an von dem idealtypischen Wein. Ich muss sagen, ich finde sie rein optisch schon mal sehr hochwertig aufgemacht, spricht ein im Laden, im Regal sicherlich an. Es ist alles wesentliche erwähnt auf dem Etikett, welche Methode es war, welche Qualitätsstufe es hat, welche Geschmacksrichtung es hat, Brüt steht jetzt hier drauf und auf der Rückseite steht natürlich dann noch der Alkoholgehalt mit 11% ist es relativ typisch für Prosecco. Bei Prosecco handelt es sich um einen reinsortigen Schaumwein. Wie gesagt, die Rebsorte ist Clara und dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt einfach mal und machen die Flasche auf. Auffällig ist hier schon mal, dass die Flasche wieder dieses Drahtkörbchen um den Pilzkorken obenrum hat und damit haben wir ja schon mal den ersten Hinweis, dass es sich bei diesem Prosecco um einen Spumante handeln muss. Dann drehe ich das mal auf und halt den Korken fest und drehe wie gesagt die Flasche da ist schon ordentlich Druck dahinter Zack schenke ich mir mal ein Schlück hinein so ja und das ist jetzt schon mal sehr schön weil man es ist in der Tat so wenn man viele Weine schon verkostet hat man achtet eigentlich auf alle möglichen Kriterien und beim Schaumwein ist es so dass man schon beim Einschenken bemerkt wie sich die Mousse bildet wie anhaltend die Mousse ist wie aufbrausend der Wein ist und wie viel Perlen Bildung man hat also man merkt hier schon es oder man kann darauf schließen es muss ein Spumante sein die der hohe Druck und der sehr stark schäum der Charakter das wäre jetzt für ein frizante wahrscheinlich ein bisschen zu viel von der Farbe her ist es generell so Prosecco ist nicht der farbintensivste Schaumwein also man hat hier im besten Falle ein blasses Zitronengelb auf die optische Erscheinung der Mousse bin ich schon eingegangen also bei mir im Glas was ich jetzt hoffe was relativ sauber war habe ich hier eine ordentliche Schaumbildung die aber sehr feinperlig ausschaut und auch nicht gleich alle Blasen kaputt gehen und ansonsten würde ich sagen riechen wir einfach mal rein ungeschwenkt ja also extrem typisch da freue ich mich jetzt selber ich kannte den Wein anfangs natürlich auch nicht in der Nase her ideal typisch für Prosecco natürlich hat man immer bei Schaumweinen einen eher frischen schlanken Charakter das kommt ja wieder schon unterstrichen oder kommt ja auch dadurch dass man eben eine Schaumbildung hat und von der Nase her typisch Prosecco man hat ein Aroma was an weiße Blüten erinnert vielleicht ein bisschen nussigen Charakter Mandel würde mir jetzt hier als erstes einfallen ein floraler florale Komponenten wenig grünes ich würde sagen das würde ich einsortieren wenn man die Aromen zusammenfassen möchte in einem Farbraum das ist weiß bis gelb das ist eigentlich ganz typisch Prosecco dann schwenkt man es mal kurz um zu schauen aber das einzige was passiert ist man rührt eigentlich den Schaum auf weil wie gesagt das austretende CO2 führt dazu schon dass die Aromen freigesetzt werden also ich denke was man jetzt hier in der Nase riecht das ist das was man bei Prosecco erwartet und gleichzeitig ist es auch das was den Prosecco so populär macht er hat eine florale Aromatik kommt schlank daher macht Lust ihn zu trinken und es ist weder extrem säuerlich noch sehr citrus betont im Gegenteil es hat einfach einen ich möchte es vielleicht beschreiben als frühlingshaften Charakter wo man einfach auch ohne schlechtes Gewissen vielleicht sich mal ein Gläschen am frühen Nachmittag gönnen kann also die Komplexität ist nicht überragend aber es sind schon mehrere Komponenten vorhanden dann probieren man mal ja also schöne Mousse muss ich gleich nochmal probieren ja schöne Mousse die nicht die allerlängste ist aber der prickelnde Eindruck im Mund bleibt trotzdem im Mund lange erhalten also das leicht bitzeln der Gefühl auf der ganzen Mundhüllen Innenseite bleibt eigentlich sehr sehr lange er hat keine zu starke Säure das ist das was ihn auch leichter zugänglicher macht wie Champagner was mal gleich sehen werden und die also die mittelmäßige Säure mit der tollen Mousse mit der floralen frühlingshaften weißblütigen Aromatik mit einem Schuss Nuss Aromatik hinterher geringer Alkoholgehalt leicht zu trinken ich denke es ist ein typischer Prosecco weil er für mich einfach unheimlich Spaß macht zu trinken er ist nicht kompliziert er ist leicht zu trinken weil er einfach sehr gefällig ist von seiner ganzen Art her er hat keine großen Ecken und Kanten das lege ich und finde einfach dass er für ein Prosecco und das ist einfach jetzt auch die Qualitätsstufe für die hier steht Spumante und natürlich sich auch im Preis niederschlägt finde ich einfach er macht Freude und für das Geld bekommt man einiges geboten der Abgang ist auch durchaus gar nicht so kurz für ein Prosecco und ja ich denke zum Prosecco war es das eigentlich also mir macht er Spaß ist leicht zu genießen er macht Freude auf mehr und ist das für was er steht und was ihn so beliebt zumindest im süddeutschen Raum macht dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Wein den Champagner ich dass Champagner jetzt genau in der Folge sieben vorkommt weil ich ja in einer gewissen Vorfreude und Euphorie die Episoden nummern ja dreistellig angebe das heißt wir haben jetzt die Folge 007 und der James Bond der trinkt zwar beachtet und ich denke so was die Filme auch für einen gewissen Lebenswandel oder Lifestyle an Tag legen ist Champagner schon ein Getränk was idealtypisch für die Welt steht wo sich James Bond in aller Regel rumtreibt ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt und zwar machen wir ja heute nur einen Überblick über den Champagner als Schaumweinstil allerdings ist das Feld dermaßen weit nur Champagner oder Champagner dass wenn wir zu Frankreich kommen wird Champagner eine eigene Episode spendiert bekommen ich glaube diese Miniserie Frankreich die wird dann sowieso ziemlich lang werden aber Champagner muss auf jeden Fall eine eigene Sendung bekommen weil es einfach wahnsinnig viel zu erzählen über den Champagner gibt an der Stelle möchte ich euch einfach mitgeben Champagner ist zunächst mal markenrechtlich geschützt nur Champagner der aus der Champagne kommt darf auch so genannt werden da gab es längere gerichtlich Auseinandersetzungen möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen auch das könnt ihr ja wieder nachlesen und das ist ein abgegrenztes Gebiet es ist eine AOP also eine geschützte Ursprungsbezeichnung die als solche aber auch Novum in der Champagne ist vieles speziell nicht auf der Flasche erwähnt wird steht halt nur Champagner drauf und in der Champagne dürfen im Grunde drei Rebsorten für die Weinbereitung verwendet werden und zwar Pinot Noir also Spätburgunder Pinot Menü das ist die Müller Rebe die gibt es zum Teil auch in Deutschland und Chardonnay und die meisten Champagner nach wie vor sind eigentlich Weißweine obwohl ja zwei der genannten Trauben blaue Rebsorten sind und bei der Champagner Herstellung galt es eigentlich jahrelang die Weine möglichst klar und farblos zu bekommen deswegen waren zum Beispiel auch die Kälter also die Pressen zum Teil in den Weinbergen gebaut um den Most möglichst wenig Maischik oder Schalen Kontakt zu ermöglichen ansonsten würde ich sagen die ganzen Details die könnt ihr jetzt schon mal selber nachlesen oder wir gehen dann eben in der Zukunft dann in der dezidierten Champagner Folge nochmal genauer drauf ein schauen wir uns die Flasche an das kleine Scheißerle also im Prinzip ist das schon mal ja wie soll man sagen aus Kostengründen habe ich ja jetzt eine 200 Milliliter Flasche genommen ich empfehle euch aber trotzdem natürlich normale Größen zu kaufen aber jetzt für Demonstrationszwecken tut es ja allemal ansonsten ist wie immer eigentlich auf der Rückseite der Alkoholgehalt haben wir jetzt hier 12% also 1% mehr wie beim Prosecco 12% ist aber noch völlig normal für Champagner und hier haben wir jetzt ein Exemplar was hauptsächlich von Pinot Noir zugereitet worden ist und aus einer also der Champagner an sich ist nochmal in kleinere Gebiete unterteilt und Montarderas das ist einfach der klassische Bereich wo die Spätburgunder Trauben angebaut werden gut dann machen wir die kleine Miniatur Flasche hätte ich jetzt fast schon gesagt machen wir die mal auf bin jetzt gespannt was jetzt hier für einen Flaschen Verschluss zum Vorschein kommt ja das ist jetzt so ein Pseudokorken ich glaube das ist ein Drehverschluss oder das ist ein Drehverschluss das ist natürlich schon mal reichlich unschön für einen Champagner aber ich weiß gar nicht ob es gibt das ist ja nicht mal eine Piccolo Flasche weil eine Piccolo Flasche wäre 375 Milliliter hier haben wir nur 200 ich weiß gar nicht ob es dafür einen passenden Korken gibt aber sie haben es natürlich mit dieser Plastikkappe noch versucht ein bisschen anzuhübschen da glaube ich mache ich euch auch noch ein Foto auf Instagram gut dann schenken wir uns den mal ein ja was trotzdem auffällt man darf sich jetzt nicht von der Flaschengröße oder von dem Flaschenverschluss aufs Glatteis führen lassen also wenn alleine schon das Schäumungsverhalten im Glas anschaut merkt man einfach dass Champagner da nochmal eine ganz andere Kategorie hat und meistens mit noch höheren Drücken und längerem Flaschenlager arbeitet sodass sich die Kohlensäure besser in dem Wein integrieren und lösen kann was in aller Regel dazu führt dass die Mousse noch feinperliger ist und andauernder ist von der Farbe her ein bisschen ein kräftigeres gelb das kommt meistens daher oder es kommt daher besser gesagt dass Champagner durch den Herstellungsprozess einfach auch ein deutlich längeres Flaschenlager hat wie die meisten anderen Schaumweine und die gelbe Färbung auch durch die Hefezersetzung oder den Hefekontakt kommt das was wir jetzt beim Prosecco vorher gar nicht hatten weil wir im Tank Gärungsverfahren waren und jeder Champagner wird mit der traditionellen Flaschengärung gemacht also der Champagner Methode logischerweise und da haben wir eben den Hefekontakt was letzten Endes auch die Färbung des Weines ein bisschen beeinflusst dann riechen wir mal rein der große Unterschied um den es jetzt hier eigentlich geht wenn ihr rein riecht sind diese Aromen nach Brotkruste Prioche auch nussig aber nicht dieser Mandelton es hat schon fast ein bisschen eine Röstaromatik ich denke jetzt da vielleicht an gebrannte Mandeln jetzt aber nicht die kandierten sondern eben an gebrannte Nüsse aber in der Regel trifft es eigentlich Brot Brotkruste Prioche eigentlich am besten weil das nämlich genau das ist was Champagner auszeichnet und das sind die Aromen die von der Hefe stammen das ist eigentlich das was man bei Champagner haben möchte ansonsten ist es ein eher herberer Duft jetzt weil wir hier allerdings einen Spätburgunder dominierten Champagner haben kommen diese typischen Waldbeeren Aromen auch noch zum tragen also wer genau reinriecht der hat noch so ein bisschen Brombeer oder Himbeer oder so Walderdbeeren ich schwenke es nochmal ja die Hefe steht im Vordergrund bei einer dezenten aber präsenten Frucht Aromatik die jetzt in diesem konkreten Fall an Waldbeeren erinnert und das Ganze mit einer gewissen Herbe und trotz allem noch eine gewisse grüne Aromatik hat also ich würde eben das darauf zurückführen dass Champagner ein sogenanntes Randzonen Klima hat nach wie vor eine relativ kühle Anbauregion ist und deswegen man einfach auch eine höhere Säure hat und eine eher grünere Aromatik nehmen wir es mal im Mund ja wow wow also ich bin zunächst mal froh dass der Champagner obwohl er jetzt eben in dieser Mimikri Flasche daherkommt trotzdem so idealtypisch ist weil damit ist mein Ziel zumindest erreicht euch die typische Stilistik von Champagner nahe zu bringen die Mousse die man im Mund hat das denke ich ist jetzt deutlich geworden im direkten Vergleich die ist nochmal voluminöser wolkiger ähm 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 länger anhaltend feinperliger wie jetzt beim Prosecco das ist das eine das zweite ist ich nehme es nochmal im Mund gerade die Hefenoten sind auch im Mund vordergründig das heißt hier haben wir auch wieder die Brotkruste Prioche also Gebäck im weitesten Sinne den einen oder anderen mag es vielleicht auch an Hefeweißbier erinnern das sagt ja der Name liegt schon nahe und das zweite was auffällt ist einfach die viel höhere Säure wie beim Prosecco man speichelt deutlich mehr ein und der Wein wirkt insgesamt spitzer wie der Prosecco und das ist genau das was viele beim Champagner eben nicht möchten er ist ihnen einfach zu Säure betont das kann jeder halten wie er möchte aber Champagner ist im Prinzip wenn es jetzt um die Stilistik geht genau das was wir im Glas haben ich finde die Länge des Weines ist auch höher wie beim Prosecco und die Säure gepaart mit den Hefearomatiken der sehr raumgreifenden feinperligen Mousse das ist im Prinzip genau das um was es bei Champagner geht ja hinten nach kommt nochmal kickt nochmal der Pinot Noir rein mit den Waldbären er hat ein bisschen Kripp auch der Wein also der hat so eine ja so eine ich möchte jetzt nicht Tannine sagen weil das jetzt die meisten vielleicht mit falsch assoziieren aber man merkt schon dass der Wein einfach auch zupackend ist und eine gewisse Stoffigkeit mitbringt und dass alles in allem natürlich eine Komplexität ist die schon herausragend ist und das ist ja jetzt sicherlich nicht der beste Champagner er ist sehr typisch aber natürlich jetzt ist danach oben noch viel Luft aber er hat uns jetzt einfach ganz gut gezeigt was Champagner ausmacht die Kehrseite vom Champagner ist natürlich der Preis ich glaube die kleine Flasche lage jetzt bei 13 Euro das ist natürlich jetzt umgelegt auf den Liter natürlich jetzt auch mehr wie es bei normalen Flaschengrößen der Fall ist aber nichts desto trotz ich sag mal für einen guten Champagner ist man ja mit der normalen Flaschengröße locker bei 30 Euro also muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen weil es die einfach geschafft haben ja den Namen Champagner einen gewissen Glanz und Ruhm zu verleihen und das lassen die sich natürlich die cleveren Franzosen oder Champagner hersteller auch durchaus zahlen mir schmeckt er ich freue mich dass er trotz wie gesagt der kleinen Flasche so gut gelungen ist und euch die Typizität was man bei Champagner erwartet einfach ganz gut vermittelt die Unterschiede finde ich sehr groß bei beiden Schaumweinen deswegen hatte ich die auch zusammengestellt der ein oder andere mag vielleicht den Kopf geschüttelt haben als er das gelesen hat aber wir haben ja heute einen sehr guten Prosecco Spumante gehabt auch trocken ausgebaut der für seine Kategorie sicherlich überdurchschnittlich gut ist und einen eher einfachen Champagner in der Miniflasche der trotzdem schon aufzeigt wo das Potenzial für Champagner steht ich würde es dabei belassen ich habe noch ein Interview mit einem Kurskollegen im Hinterkopf den der Champagner Experte ist den würde ich vielleicht auch nochmal interviewen der uns dann nochmal in ungeahnte Tiefen da vielleicht einführt und wenn der Champagner geschmeckt hat der darf sich schon mal freuen in ein paar Monaten wenn wir dann auf Frankreich kommen wird ein Champagner Special geben ich würde mich freuen wieder von euch zu hören wie ihr die beiden Weine fandet und lasst es mich wissen zu welcher Gelegenheit ihr die da noch getrunken habt und was euer Favorit der beiden Weine ist Wie angekündigt möchte ich in Zukunft meine Buchempfehlungen ein bisschen mehr ausrichten an das jeweilige Episodenthema ich bin mal gespannt wie strengend sich das durchsetzen lässt jedenfalls möchte ich in der Episode jetzt damit anfangen und zwar heute würde ich euch ganz gerne das Buch Champagner ans Herz legen geschrieben von Ingo Svoboda und der Herausgeber ist Dieter Wirz und ist erschienen in einer Reihe die sich Gentleman's Library nennt aber ja finde es insofern ein bisschen unglücklich weil das Buch natürlich genauso gut Frauen lesen können und ja ich glaube es steht so ein bisschen in der Historie oder in der Reihe der Bücher ein Mann ein Buch oder ein Buch eine Frau das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen das waren ja ein paar Bestseller und ja in dem ein Mann ein Buch da war ja lustigerweise war ja auch mal erwähnt dass ein Mann der was auf sich hält immer eine Flasche Champagner im Kühlschrank kaltgestellt haben soll um Allzeit bereit zu sein um dieses Getränk anbieten oder trinken zu können grundsätzlich keine schlechte Idee weil meine langjährige Mentorin und Trainerin wenn man so sagen will die Silvia Miebach bei der ich einen Teil meiner Ausbildungen gemacht hat die arbeitet in Wiesbaden bei Heinz Hein bei einem großen und guten Getränkeimporteur und ihr Credo war eigentlich immer Champagner passt immer wenn man nicht weiß wie es am besten mit der Essensbegleitung ausschaut dann im Zweifel Champagner und mittlerweile muss ich sagen kann ich dem nur zustimmen und bin da voll auf ihrer Linie und deswegen kann ich den Anspruch durchaus unterstreichen dass es immer gut ist eine Flasche Champagner gekühlt im Kühlschrank zu haben das Buch ja von der Aufmachung her ich finde es eigentlich ganz schön gemacht es hat so einen beigen Einband und die Seiten sind so mit Silber eingelassen das erinnert mich fast schon so ein bisschen an die Bibeln die immer in der Kirche so aus liegen oder die auch im Schulunterricht damals verteilt worden sind die hatten ähnliches Format und auch irgendwie so eine kolorierte Seitenränder das schöne an dem Buch finde ich es geht ein bisschen auf die Geschichte ein des Champagners wo er herkommt wie sich das alles zugetragen hat dass es die Champagnerhäuser dort gibt und ja ein bisschen Prosa ist da auch mit dabei und ist so ein bisschen in Rundumschlag und so wie ich es in Erinnerung habe alles auch mit ein bisschen einem Augenzwinker geschrieben mir hat es eigentlich Spaß gemacht und man lernt auch was dabei das Buch hat circa 240 Seiten und ist wie immer über meinen Amazon Affiliate Link zu beziehen und ich glaube im Augenblick gibt es es für 8 Euro und ist glaube ich auch schon Antiquariat wenn ich mich nicht täusche mir ist übrigens aufgefallen die meisten Bücher die ich irgendwo empfohlen habe gibt es entweder schon in einer neueren Edition oder Auflage wie ich es jetzt zu Hause habe also da kann ich auch vielleicht mal das ein oder andere austauschen oder ersetzen ja das wäre es zu der Buchempfehlung wer sich ein bisschen ein arbeiten möchte in das Thema Champagner hat dort ein unterhaltsames Buch das nicht bis zum Erdmittelpunkt bohrt zur Hand und bietet sich so als ganz guten Überblick an mich würde es freuen wenn er euch wieder meldet bei mir wie euch das Buch gefallen hat so dann kommen wir noch zum Wein der Woche der heute auch aus Italien stammt und zwar aus der Region Marken und die geschützte Ursprungsbezeichnung für diesen Wein lautet Verdiccio dei Castelli di Cesi D-O-C Classico Italien hat viele große Weißweine also dazu muss ich sagen wenn ich jetzt von italienischen Weißweinen spreche dann ist es zumindest gefühlt und in erster Näherung immer so dass ich damit eigentlich Südtirol ausschließe zumindest instinktiv und unabsichtlich weil dort natürlich mit die besten Weißweine meiner Meinung nach herkommen aus Norditalien aber eben auch in südlicheren Gefilden gibt es in Italien ausgesprochene gute Weißweine und der Vediccio aus Marken ist für mich eigentlich mit einer der besten der Wein war eigentlich vorgesehen für meine Verkostung im Februar der großen Italiener und da haben wir einfach hinten raus ein bisschen geschwächelt und die Flasche ist übrig geblieben und ich hatte sie jetzt in den letzten Tagen dann einfach selber getrunken und ich muss sagen der Wein hat mich tatsächlich mal wieder fasziniert im Glas haben wir ein blasses klares Zitronengelb der Duft ist sehr intensiv nach Birne Aprikose Weinbergspfirsich dazu kommen etwas wachsige Noten noch und insgesamt wirkt der Wein leicht oxidativ obwohl eigentlich die aktuelle Produktionsmethode im Stahltank ist aber er wirkt für mich nicht ganz reduktiv dennoch wirkt er knackig frisch und es mischt sich da noch so ein bisschen Passionsfrucht und Makoja drunter die knackige Säure verhilft dem Wein zu einem mittleren Körper und der Abgang ist durchaus überdurchschnittlich und von der Frucht getragen und generell kann man sagen die Aromen von der Nase wiederholen sich dann auch im Mund nochmal insgesamt ein eher breiteres Mundgefühl was eigentlich ganz typisch ist für diese Weine aber wegen der Säure wirkt es dann trotzdem elegant der Wein liegt bei 13 14 Euro mir hat das sehr großen Spaß gemacht zu trinken ist ein idealer Essens Begleiter und ja ich würde sagen Preis Leistungsverhältnis ist an der Stelle einfach sehr hoch er macht Spaß zum trinken ist nicht zu teuer und man bekommt einfach einiges geboten für sein Geld und ich finde es besonders schön dass das auch für einen italienischen Weißwein gesagt werden kann wenn ihr euch den kauft lasst mich immer wissen wie er euch geschmeckt hat und wie ihr diesen Stil persönlich findet dann dann bleiben uns noch die Weine für die nächste Episode das dann die Nummer 8 sein wird und der dritte und letzte Teil der Miniserie Wein der schäumt ganz kurz möchte ich noch auf ein Feedback eines meiner treuen Hörer kommen und zwar der Martin aus Aachen hat mir geschrieben dass es ihm ein bisschen schwer gefallen ist den ein oder anderen Wein noch zu kaufen und auch mein Hinweis hat ihn nicht wirklich die Sache erreicht hat dass ich ja in Zukunft seit Folge 4 glaube ich die konkreten Weine nur noch aus Vorschlag verstanden haben möchte und stattdessen eigentlich eine kurze Weinbeschreibung oder die Eckdaten des Weines erwähnen der für unsere Zwecke meiner Meinung nach gleich gut geeignet ist er hatte mir geschrieben dass das ihn jetzt nicht unbedingt vereinfacht hat das tut mir in erster Linie mal leid und freue mich natürlich auf der anderen Seite auch dass es Hörer gibt die so bemüht sind meine Podcast Folgen hier mit zu verfolgen und bei der Verkostung mit zu machen dafür schon mal ganz großes Lob und als Antwort möchte ich dazu geben die Idee war dass ihr wenn ihr nicht den Wein über den Bestell Link der meistens in den Shownotes zu finden ist beziehen könnt das kann schon mal sein gerade jetzt im Sortiments wechsel wenn die neuen Jahrgänge kommen dann fliegt manchmal auch der ein oder andere Wein aus dem Sortiment bei dem Fassandhändler auch mit raus dann wäre die Idee gewesen mit diesen Eckpunkten oder kurzen Weinbeschreibung Stilbeschreibung sich bei einem Fachhändler beraten zu lassen welcher Wein diese Kriterien erfüllt das ist natürlich jetzt für Einsteiger in die Materie selber eigentlich kaum zu leisten deswegen war meine Anregung geht zu einem Weinhändler und sagt ihm am Beispiel von Martin da ging es um den ersten Rodern aus Episode 1 ich hätte gerne einen Bordeaux mit mit einer guten Basis Qualität von der linken Seite heißt Cabernet dominiert ein eher jüngerer Jahrgang mit Holzfass Ausbau und das war es dann eigentlich auch schon um das nach zu empfinden was ich versucht habe zumindest jetzt in den letzten und auch den vielen weiteren Folgen noch geht es ja um die Prinzipien der einzelnen Weinstiele und wenn ihr zum Weinhändler sagt ich brauche das oder jenes wie es in den Shownotes beschrieben ist dann bin ich mir sicher reichen euch die Weine aus um das nachzuvollziehen um was es in der jeweiligen Episode geht gut dann die Weine für Episode 8 die am 4. Mai erscheinen wird da wird es dann richtig spannend und zwar brauchen wir zum einen ein Petillon Naturel das ist ein Schaumwein der keine Zweitgärung durchgemacht hat und wo das CO2 nicht zugesetzt worden ist sondern das ist ein Schaumwein der während der Gärung mit der Hefe in der Flasche auf halber Strecke wenn man so sagen will zugemacht worden ist und damit bildet sich durch den Restzucker der noch vorhanden ist die Säure das Ganze wird auch Methode Ocentral genannt und wird manchmal eben Petillon Naturel auch als Kategorie bezeichnet oder natürlich schäumender Wein kann man es vielleicht übersetzen das Ganze am besten aus Frankreich und was genau das ist spielt eigentlich keine also welche Rebsorte meine ich jetzt oder aus welcher Region Frankreichs ist dann zweitrangig und der zweite Wein für die nächste Folge wird dann ein zweiter sehr bekannter Schaumwein aus Italien sein den landläufig dort gar nicht eingruppiert wird und zwar brauchen wir einen Lambrusco Lambrusco ist ja kann ich schon mal vorwegnehmen einer meiner Jugendsünden als Teenager natürlich erst in dem Alter wo es legal war ja da habe ich ganz gut zugelangt weil es meistens eine billige süße Blöre war aber schaut mal hier es gibt dort auch DOC Weine im Lambrusco Bereich und kauft einen mal von hoher Qualität das gibt es nämlich auch und lasst euch da dann durchaus beraten wir brauchen jedenfalls einen roten Lambrusco Original aus Italien von mittlerer bis hoher Qualität So das war es dann schon wieder für diese Woche es ist mal wieder ein bisschen länger geworden wie 45 Minuten liegt ja daran dass ich euch den Reisebericht nicht vorenthalten wollte von meinem Kurzbesuch in Santa Barbara ja ich benutze die Kapitelmarken ihr könnt ja dann immer an die Stelle dann direkt reinspringen was euch am meisten interessiert oder dann überspringen wenn es euch zu langweilig wird ich würde mich deswegen heute einfach kurz halten und gar nicht mehr so viele Worte verlieren die nächste Folge Episode 8 erscheint dann wie gesagt am 4. 5. mit dem dritten und letzten Teil über Schaumweine ich hoffe euch hat die Folge wieder Spaß gemacht hab euch Lust auf Champagner und Prosecco gemacht mich würde wieder interessieren wie euch die Weine und die Folge grundsätzlich geschmeckt haben ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Resten in den Flaschen genießt sie und ich hoffe wir hören uns dann im Mai wieder in alter Frische und verbleiben immer mit genussreichen Grüßen aus München und Florian Ciao Servus bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum